Hallo, wir sind Alegra und Nina von InStyle und wir gehen heute für euch einkaufen. Wir sind auf der Suche nach den neuesten Trendteilen, die man tags und nachts einsetzen kann. Kommt mal mit! Kaki ist ein Riesentrend, du musst es ja wissen, ne? Vielleicht beim Pferderennen, nicht für unsere Luchse. Die finde ich besonders schön. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Nehmen wir auch mit. Nimmst du auf jeden Fall mit? Nehmen wir mit. Nehmen wir mal mit. Nimm sie mal mit. Wir haben jetzt ein paar Sachen gefunden, jetzt gehen wir es umziehen. Bis gleich! Alegra hat eine superschöne Bluse mit einer Schnürung vorne gefunden. Trägt sie mit einer Trendjeans, die so ein bisschen 80s geschnitten ist. Und ich glaube jeder von uns hat einen coolen Parka, den man einfach so drüber tragen kann. Noch schöner fände ich glaube ich mit einem Gürtel. Und superschön sind auch die weißen Söckchen zu den Laufern mit der 7,8 Hosenlänge. Mega geil! Mega geil! Nina trägt eine Cropped Flair. Das ist eine Schlaghose, die aber ein bisschen verkürzt ist. Also 7,8 und wirkt dadurch moderner und einfach cooler. Dazu hat sie auch wie alle Basics, die man im Kleiderschrank hat. Zum Beispiel das Ringel Shirt und dazu Sneakers. So tragen wir unsere Trendteile am Tag. Und jetzt zeigen wir euch, wie wir es als Party Outfit stylen. Mit einer engen Hose und hohen Schuhen sieht der Look gleich viel abendlicher aus. Vielleicht finden wir noch die perfekte Tasche für dich. Voll cool! Ninas Cropped Flair wirkt mit spitzen schwarzen Perms gleich viel schicker und viel partytauglicher. Dazu kombiniert sie einen Sliptop aus Seide. Unsere Outfits sind komplett ab zur Kasse! Caja!